Hallo und kommt in einer neuen Aufnahme von Whitelands, mit dem lieben Du Jenny. Hallelüchen und hallo. Und dem lieben Lemon. Hallo. Und dem Blacky, ne dem lieben Blacky. Und mit dem lieben Sir Lenzer. Hallelüchen und ich war grad irgendwie ein bisschen perplex, dass ich ja noch die restlichen Namen sagen musste. Wie ist das nochmal? Kenn ich nicht. Naja. Ist halt 20 Folgen bei uns drin, aber kenn ich nicht. Wer bist du? Wer bist du? Was willst du? Ich kenn dich nicht. So Mike, bitte aufpassen, nicht wieder den Typen töten. Guten erschießen. Das ist wieder der Nebeneinsatz, wo wir den Typen killen müssen, oder? Äh, befragen müssen natürlich. Einschüchtern. Genau. Ach, ich will mal in den Heckhäuter reinspringen. Mach es, bitte. Mach es. Tu uns allen den Gefallen. Er ist erledigt. Geschnetzeltes. Naja. Guten Tag, der Herr. Halleluja. Da war einer drin. Kannst du mich kurz holen? Hinter dir. Der läuft, der läuft weg. Holt ihn euch. Oder uns. Nein, holt ihn euch. Holt einen Typen. Mike, pass auf dir mit den Grünen auf. Ja, ja. Den, verhör ihn. Und Black holt uns dann. Hat sich jetzt erledigt, der haut ab. Es ist Mike. Ja. Mike, hol uns jetzt. Fahr jetzt nicht hinterher. Seid ihr denn? Im Haus? Ja. Was macht ihr denn im Haus? Wir grauen uns gegenseitig die Eier. Ach so. Nein. So, und schnell zu mir. Die Flächen kriegen wir ihn noch. Wie war das mit der Taktik eben? Hey. Ich hab euch den Rücken freigalten. Hier standen noch überall Leute oben. Ja. Ich sag mal nicht, dass es deine Schuld ist. Aha, ich krieg's noch die Bretze mit dem Scheißspiel, alter. Das Arschloch ist entkommen. So machen wir ihm keine Angst. Gut, äh, markiert in den nächsten Einsatz. Ja, Black, markier. Und was willst du machen? Blatt? Äh, ich such's gerade. Wo war's da? Ja, schön. Hör mal Schild da, ist ein D hier. Nö. Das D, wenn ihr es seht. Ja, ihr seht. Ja, das ist für uns. Eigentlich müsste Maike D sein. Weil dämlich. Ich wollte eigentlich dumm sagen, aber dämlich trifft's auch. Arschlöffer. Nein, Maike ist nicht mehr ganz so schlimm. A passt. Tobi hat das A. Warum A stimmt? Mit Loch, aber ja, passt. Ey. Es war seins. Was passt jetzt mit C? Ich bin B, würde ich nur sagen. Nein, du bist C. Clown. Ja, das bist du. Part C, Klassenclown. Ja, was müssen wir hier machen? Nur was einsammeln, oder? Ja. Okay, ich werde so. Ach so. Kannst auf der Straße parken. So, ja, zweites Ziel. Auf der Straße parken. Kannst du hier runterspringen, oder? Straße. Ich springe ab. Ja, er klatscht jetzt auf. Ich hätte gelacht. Nö. Ähm. Ähm. Ich steig raus. Ja. Ich hab nicht gewusst, dass hier so viele sind. Na, na, na. Er raucht schon. Wir brauchen gleich einen neuen, glaube ich. Da ist gleich auch einer. Wer ist denn hinten reingefahren? Ein Rebell. Wow. Oh. Holst du ihn? Ja, Alter. Alter, was geht denn jetzt ab? Oh Gott, die wollen die Ziege erschießen. Die Ziege. Ja, hier ist ne Ziege. Hallo, Alter. Hier ist ein Kartellort. Der Verlust wird einem armen Strich das Herz brechen. Weißt du was? Einfach aus Prinzip. Hast du gerade die Ziege erschossen? Ja. Nein. Eigentlich die Autos, aber... Hä? Hä? Eins ist fehl. Sie wurden entdeckt. Was? Von was denn? Wecknehmen. An waren Dings Einsatz. Story Einsatz. Das ist wohl irgendjemand da reingefahren und hat's getriggert. Ach so. Mike. Nee. Nein, nein, diesmal wir nicht. Wir waren zusammen. Von NPCs. Ach so. Mike, du geschuld. Ja, da machen wir doch neben eins als Politiker gleich, oder? Ja, können wir machen. Ein bekannter Politiker... Das ist ne Story Einsatz. Nein, da wo wir waren, war der Punkt. Hä, willst du mich verarschen? Wo sind die denn? Hä? Die Spoiler genau neben denen. Hä? 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 Wir haben die doch... Wir haben die doch umgebracht. Nein, aber die haben ja Verstärkung. Du musst sie ausschießen, bevor der rote Balken voll ist. Ja. So, stopp. Nicht bewegen. Ich lade noch. Ach auch. Ich auch. Ich nicht. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Ich denke, das... Das ist immer... Das ist immer hier vorne, müssen wir rein mit ner Drohne. Das reicht schon. Ich verstehe dich leider nicht. Es wurde grad geklabert. Äh, bei den Politiker müssen wir nur rein mit ner Drohne. Also brauchen wir noch nicht mal hinlaufen. Okay, ich lass mal die Drohne steigen. Die Drohne ist oben. Du kommst nicht so weit, glaube ich. Ey. Vorsicht! Rechts oben. Ja, ich seh's. Hast recht. Ich geh mal nach unten zu den Felsen. Passt... Könnt ihr mich schützen? Mit meiner Drohne, damit ich mit der Drohne reinkomme? Ja, Moment. Wir müssen erstmal hier oben den einen wegholen, sonst zieht er dich. Ja, ich bin gerade voll. Okay, dann chill ich. Dann chill ich hier. Oh, da ist einer vor mir. An den Autos. Chillt mal. Ich hab noch einen Tanker. Ist weg. Tanker getötet. Ich geh in die Zone rein. Hm. Ach so. Baaah. Also müssen wir die Idioten jetzt töten oder nicht? Nein, nein, eigentlich nicht. Da ist noch einer, genau da. Ja. Aber wir können sich das Wort mal hier halt ausschalten, aber sie muss da mit einer Drohne drin rumfliegen. Und einen Politiker finden. Was? Vor allen Dingen. Das Geile ist Spanner. Und was ist denn sonst? Stehen wir jetzt ernsthaft mit drei Leuten? Ja. Hier. Ich werde dich bestrafen. Wo ist denn der andere? Oh Gott. Erledigt. Ich hab gestohlen. Ja. Also übrigens, falls man bei mir im Hintergrund Regen hört, ich bin unschuldig. Jetzt kann ich die Drohne wieder nehmen. Die Drohne fliegt. War ein Katzenbein. Du hast dein... In serio? Diese Katze hatte ein Holzbein. Ich hab's geklaut. Ähm. Ich muss aufzeichnen, tschüss. Ich nahm das Holzbein und dann... Oh... 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 Aufnahme läuft. Lautstärke passt. Seht zu, dass ihr sein Gesicht gut drauf bekommt. Ähm. Jenny, was guckst du dir hier an? Was guckst du dir an, Jenny? Hast du nicht gesehen? Was guckst du dir an, Jenny? Hast du nicht gesehen? Was hast du dir da angeguckt? Jetzt weißt du Bescheid, ne? Karsita ist zurück in Aquavere. Was schaust du dir da an? Ich hab grad irgendwas auszusehen gemacht. Alles gut. Ich hab'n Ladebildschirm. Ähm. Wie sollen die Party crashen? Was war denn das? Was ist auch wahr, wir haben's. Karsitas Tage als Katzen... Ja, wir müssen hier aber noch einen Eimer. Was? Hä? Der Regen hat mich erwischt, ich bin tot. Haha. Und du lässt zu, dass Lemon mich an den Brüsten anfasst. Alles klar. Augen auf, zurück an die Arbeit. So. Und Köpfer. Ähm. Hallo? Hallo. Ich komm nicht... Ah, jetzt. Ich bin nicht mehr aus dem Swimmingpool rausgekommen. Top-Soldat, beste Ausbildung, aber es schafft es nicht aus dem Swimmingpool rauszukommen. Na ja. Hm. Äh. Habt ihr die Sachen jetzt endlich? Ne. Die sind in den Häusern drinnen. Oder so zu infall. Ja. Ich weiß. Hier ist noch Munition, falls wer braucht. Hm, ne. Aber ich kann mal hier einen auf J machen. Wollte ich grad sagen, 28 Fertigkeitspunkte hab ich schon wieder. Ähm. Ich glaub ich mach Fernglasaufklärung. Ich glaub ich mach C4 nochmal weiter. Ja, wobei ja Blendgranate wär auch geil, oder? Ähm. Was? Äh. Selbst das hier, damit halt die auch nicht aufblenden. Oh, ich hab keine Fertigkeit mehr. Ich hab neue Ausrüstung. Schade. Granate fliegt. Como esta, bitches? Juhu. Ah, jetzt hat's aufgehört. Ja. Hä? Was, warum ich da jetzt grad neu hatte? Hat keiner gesehen und keiner gehört. Ja. Okay, komm weiter. Warte ich mal... Ich... Ja, ich würd gern den Heli haben. Ja. Äh, ein Fertigkeitspunkt hier? Wo denn? Da drüben, wo ich markiert hab. Ah, oh. Okay. Sind wir denn das zerschießt, was ich hab? Oh, Black, nehm ich mit. Tobi, kommst du? Tobi. Ja. Ja. Andere Seite. Nö, ich will hier rein. Was? Okay. Die müssen hier rein. Guten Tag, die Herren. Ich bin der Klempner von nebenan. Fuck. Oho, wer hat denn jetzt hier alles in den Luft gehackt? So gut. Ich bin unschuldig. Ja. Mike ist schuld. Also wie immer. Nichts weiß. Der Navi fliegt. Ja. Ich mach jetzt wie immer... Wie der Trikett ist. Hälts mich nicht erwischt! Der hat mich aus der Sterne rebeifed. Keine Ahnung, wie der das macht. Ja. Der Baum hat ja eigentlich jeder blöde Club-Helikopter mit MGs. Because? Keine Ahnung. Da freu ich schon drüber. Ja, aber trotzdem. Äh, ach, nen Hubschrauber stehlen. Würde ich sagen, machen wir das erst nochmal, oder? Wir lassen die Rebellen wissen. Ja, wir haben noch... Das andere ist halt, äh, den Endboss von diesem Ding hier töten. Ja, dann auf, auf. Lemon fehlt. Nee, egal. Komm, Lemon. Ja, los, komm, Mike. Ach, warte. Er hat's selber nicht geholt. Doch, hab ich. Ich will nur nochmal zurück und Munition holen. Guck hier, Munition. Ich hab Munition geholt. Ja, ja, ja. Dein Ernst, Mike. Jetzt kannst du schon nicht mal mehr so aufhören. Ich fliege. Äh, wo ist denn meine Markierung? Wait. Merk ich schon. Ja? Oh. Nö, Jenny will nicht mit uns spielen. Ich bin ja schon drin. Tut mir leid, dass sie's nicht spürt. Alter, es reicht langsam. Es sind 15 Minuten. Wollen wir mal, bevor wir reingehen? Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr das geguckt habt, lasst Kommentarbewertungen da. Etc, etc. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Cheerio. ... ... ... ...